Moin meine Lieben! Donnerstag, der 8.06.2023.37 Uhr. Wieder Gewichtskontrolle wegen meiner Diabetes. Schauen wir mal. Ja, was liegt heute noch an? Gleich losfahren muss um 8.50 Uhr beim Urologen sein. Mein PSA-Wert ist zu hoch. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ich hoffe nichts Negatives groß. Hat da irgendwas mit der Prostata zu tun? Gut, machen wir da nicht groß Gedanken jedenfalls. Schauen wir mal insgesamt, was dann passiert. Schönen Tag noch und bleibt gesund. Ich hoffe nicht auch. Ciao! Spannende Musik Vielen Dank.